Hallo und herzlich willkommen zu einer langen Aufnahmesession. Ja, ich weiß, die Monsterfalle ist eigentlich, ja, ich will es nicht sagen, unnötig. Nein, unnötig ist sie nicht, sie funktioniert nicht richtig. Klar, ich habe ein bisschen falsch gedacht. Naja, eigentlich habe ich gar nicht gedacht. Entweder hätte ich da diesen Schacht viel länger machen müssen, damit es wenigstens funktioniert, wenn ich da unten dran stehe. Da muss man unten stehen und warten. Klar ist eine Vanillafalle. Aber der ist so gering, dass da oben was spawnt, wenn ich da unten stehe. Weil es gibt ja gewisse Spawnregeln in Minecraft und die sind hier halt quasi nicht erfüllt. Weil wenn ich hier unten stehe, bin ich zu nah dran. Das heißt, in unmittelbarer Nähe des Spielers spawnt ja nichts. Das sind glaube ich 20 Blöcke oder so. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Das ist ja auch egal. Also auf jeden Fall, wenn ich hier stehe, spawnt da oben was. Auf der Minimap sieht es mir wunderbar. Aber wenn ich da unten stehe, spawnt da oben nichts mehr. Und das hat dann auch keinen Sinn. Also entweder müsste ich jetzt diesen Schacht hier einfach länger machen. So unten. Das ginge natürlich. Oder ich lasse es einfach mal so sein. Wie es ist. Aber es bringt halt nichts. Es klappt nicht so ganz. Obwohl, wir können jetzt vielleicht ein bisschen was tun. Vielleicht noch ein bisschen Botania weiter. Denn ich will ja eigentlich... Achso, die hat die Monsterfalle abgeworfen. Also ja. Gut. Ich will schauen. Ein bisschen Botania weiter machen. Ein bisschen schnellere Mana-Generation. Das heißt noch ein paar Endo-Flames machen. Dafür brauchen wir ja ein paar Blütenblätter. Und so weiter und so fort. Und... Ich glaube, kümmern wir uns einfach mal drum. Ein bisschen Knochenmehl. Können wir uns ja machen. Weil ein paar Knochen... hat die Fall ja schon abgeworfen. So. Wenn wir ein paar mehr Knochen aufnehmen. So. hams kletzschädel auf külperschädel aber auch über kopf zum bieten haben auch das sind keine knochen und das da wollte ich auch mal haben und mal das nämlich auch mal gerade wo ist denn das bruschen okay ich meine ich alle knochen rein oder mache ich erst mal und zwar ich brauche jetzt vier kisten könnten reichen oder 4 8 12 16 perfekt reicht doch schön okay gut gut dann 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 noch mehr 4 ich habe immer schämen fliegen darf ich hier die erlauben wir auch habe ich so viel rot und gelb mit rumfliegen hier ist gelb das rot das noch mal gelb kann ich euch denn vermehren mehr farbe raushauen du bist ja ein wundermittel hier das gibt es gibt ja dieses die ersten mordpacks ich schon gespielt habe mit botanien war dieses rezept nicht existent geht wunderbar ist okay schön da kann ich das mit knochenmehl auf den fall und brauchen nicht unbedingt rot und gelb vier stück das nenne ich ja mal mordsmäßige ausbeute ich gerne mal mein industrie gut gut nicht zufällig einstecken das macht nix solche wechsel so wie ein kraut perfekt so okay dann wollen wir mal wir brauchen diese hier den könnte ich mal gerade die blume verfüttern das ist sehr schön mal gucken also wie heißen die denn Mystical fangen wir an weiß orange haben wir hier 3 2 1 2 3 4 5 6 7 orange magenta also magenta habe ich nicht das ist purple ist das andere magenta ja ich glaube das kann ich erstmal knicken das das ist das das blauen purple light blue light blue light blue grau grau das pilz ist nur einmaligen gebrauch okay weiß wissen diese reihenfolge haben eigentlich ja gut dann weiß ich das ist egal ne komm ähm was habe ich hier light blue ist 1 2 3 4 3 2 3 4 light blue purple 4 1 2 3 4 das dritte in der 3 reihe dann kommt braun 1 2 3 4 1 2 3 4 erst in der letzten reihe ich denke noch zuerst machen sollen du hast ja das da gelb 1 2 3 4 das erste was bist du genau das letzte ist das vorletzte orange ist das zwei wunderbar gut hier habe ich ja noch eine hellblaue ist eklig die rotze nicht bei dir behalten da hast du den ok war mal gucken zack 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 und schläfchen wie geht nicht schläfchen 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 geht doch so nochmal das letzte das das ok ok dann habe ich nur einer das ist ein bisschen doof wenn ich um die vereine jeder jede von einer haben was das ist doch eigentlich ich hätte zwar schon gern von jeder wissen seine aber damals aktuell bisschen hat und rohstoffen sind drauf machen wir erstmal so ich könnte immer aufwählen ich könnte immer noch machen wenn wir denn besser da stehen habe ich da knapp ein Vieh gesehen so leim leim kommt in dem gelb also dahin magenta kommt dahin black ist das letzte da unten orange haben wir da rot haben wir da gelb haben wir da ich weiß nicht dass da nein was wirst du denn zian 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 ist 1 2 3 4 1 2 3 4 das zweite in der dritten Reihe zack äh blau das vierte in der dritten Reihe da und grau ist hier hellgrau ist hier weiß ist hier gleich hellblau ist hier es fehlt immer noch zwei stück vorteil jetzt kann ich gucken welche das sind dritte das dritte in der zweiten Reihe pink aha pink fehlt pink aus das ist die da ok äh und es fehlt grün ja es fehlt grün ja grün